hallo herzlich willkommen liebe freunde wir sind jay und gofi von hossa genau und wir haben ein podcast der heißt hossa talk in dem beschäftigen wir uns wie man mit dem thema wie man im 21 jahrhundert leben kann ohne wahnsinnig zu werden und wie man im 21 jahrhundert noch christ sein kann ohne wahnsinnig zu werden und diskutieren dort eben allerlei themen in bunter hossa weise ja wir sind nicht besonders ausgewogen leider eher einseitig und manchmal auch polemisch aber wir versuchen ehrlich anzugehen genau und man kann uns zuhören wenn man möchte richtig ihr findet uns unter www.hossa-talk.de da findet ihr unsere seite mit den ganzen podcasts oder einfach über itunes oder eure podcast app nach hossa talk suchen und dann könnt ihr uns da immer hören genau wir freuen uns über hörer jawohl wir wollen über hörerinnen über hörerinnen ja wir haben auch ganz schön viele sehr sehr viele wir sind wir sind ja schon sehr berühmt und wir wollen ja wir streben die weltherrschaft das ist richtig die weltherrschaft ist das ziel genau und deswegen ist dass ihr uns dabei unterstützt ja denn wir möchten euch irgendwann beherrschen wir brauchen euer geld ist richtig quasi also ihr könntet hossa talk unterstützen wenn ihr hossa talk gut findet ja also die arbeit kostet geld die wir machen die großen spaß wir machen die auch wirklich gerne und kostenfrei für alle die uns zuhören möchten aber wer das macht also unterstützen möchte weil er das gut findet oder sie was wir da tun der ist herzlich willkommen genau ihr könnt uns zum beispiel über patreon im monat einfach einen monatlichen betrag spenden ja der kann jederzeit wieder kündigen oder kann das halt so machen oder über paypal oder so ihr findet auf unserer website auf jeden fall eine page auf der man das genau beschrieben seht oder geht einfach direkt zu patreon und auf die hossa seite und findet dort dann die möglichkeiten so sieht's aus genau auf jeden fall freuen wir uns wenn ihr es tut und wenn es nicht tut ist es auch nicht schlimm dann werden wir auch ohne eure mithilfe die weltherrschaft erlangen das ist richtig in diesem sinne verabschieden wir uns mit einem dreifachen hossa 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 talk j und gofi erklären die welt